herzlich willkommen zu einem neuen shop video wahrscheinlich weiß ich schon welche skins heute drin sein werden da ja gestern auch schon im prinzip mit den challenges hier der skin geleakt wurde der hier drin sitzt ist immer da eigentlich safe dass er jetzt im item shop drin sein muss und das ganze jetzt angucken allerdings wenn euch die videos hier gefallen würde ich mich natürlich riesig über ein abrunden like freuen und ich weiß nicht wie es bei euch ist aber zurzeit macht mir fortnight oder tatsächlich werde ich heute wahrscheinlich auch mal wieder fortnet ein bisschen aktiver spielen ich hatte jetzt eine gute woche im prinzip fortnight pause das erste mal tatsächlich seit anderthalb jahren also seitdem ich angefangen habe zu spielen und ich nicht im urlaub war ist das jetzt meine größte fortnight pause beziehungsweise wenig fortnight spielen pause ich habe ich jeden tag trotzdem fortnight gespielt das spiel ist trotzdem geil und jetzt seitdem turbo board zurück ist und sogar noch besser ist es natürlich super nice und ja schreibt gerne eure meinung in die kommentare wie ihr fortnight zurzeit findet und jetzt schauen wir mal in den item shop rein genau wie es schon vermutet habe heute der katastrophen skinner der ja auch auf dem bildschirm gelegt wurde hinten auch wieder mit dem radioaktiven symbol um die da nicht echt ganz nice aus das gehen hat auch ein ganz cooles backpächerchen mit seiner maske um die um den atem zu schützen sieht echt ganz nice aus eigentlich das gehen gefällt mir dann dazu passend gibt es die sonnstich spitzhacke und sieht richtig cool aus doppel spitzhacke mit so zwei richtigen äxten die vornehmen als stachel dran haben gefällt mir dann habe ich hier auf dem nächsten slot den die monika skin so richtig nice das gehen alles animiert die ganzen feuer elemente hier überall ein bisschen ausgefranst sieht ziemlich cool aus gefällt mir dann gibt es noch die hitze lackierung ist auch etwas an mir längst finde ich geht die animation etwas unter dann haben wir jetzt noch die heiße hacke ist auch eine richtig coole hacke auch in einem schönen farbverlauf hat einen coolen sound und eine feuer animation super cool und dann haben wir als nächstes noch natürlich den cloaked shadow charakter mal wieder drin war auch schon lange nicht mehr im shop drin sieht ja ehemals ziemlich cool aus oben mit den hörnern die im prinzip so ein bisschen schatten übergehen und auch das gesicht kann man nicht direkt sehen die flügelhänden sehen auch schön aus mit dem ja mit dem schatten einfach wobei stehen skin an sich ein bisschen zu ich finde es ein bisschen zu wenig dran allerdings ist auch nun epischer skin also ist er noch in ordnung da habe ich flatt auf hier ist ein ziemlich witziger gleiter einfach ein ein hühnchen was hier rum fliegt ist sie ziemlich dumm aus und gefällt mir auf jeden fall aber hier abfeiern 200 wie bexiemot mit ganzer musik ist schon ziemlich krass kann man sich auf jeden fall gönnen und dann haben wir noch elektro schaffen das ganze in ordnung dann haben wir noch die geist schweizer hat mir auch ganz heißes sound und dann haben wir noch den ins schwarze charakter fällt mir auch richtig das genau ich mir auch gekauft ist auf jeden fall nice ja das war es jetzt mit dem shop video ich hoffe es hat euch auf jeden fall gefallen und dann würde ich sagen sehen uns beim nächsten video bis dahin ciao